Roman ist der Nummer eins hier und ich bin der Nummer zwei, aber ich arbeite immer noch zum Nummer eins zu werden, das ist sicher. Mit ist immer verlassen und immer dann, wenn er gebraucht wurde, war er da und hat auch der Mannschaft geholfen. Wenn du auf der Wand sitzt, du bist ein bisschen nervös vor dem Spiel, aber wenn du auf dem Platz stehst, alles ist weg. Dein Kopf, okay, du weißt, was du machen musst. Heute haben wir auf alle wieder eine Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020